Hallo zusammen, Ai Tsokya hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt schaut in die Kommentare, da findet ihr den Link zu meinem Twitch Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest, nächster Versuch Taiwan einzunehmen bei Jäger Jadar auf den Ebenen von Onara an dieser Position. Forquest war Mitglied der Meute und wir müssen in diese Richtung, wie es aussieht. So, ein bisschen Tempo. Ich umfliege hier diesen Berg und hier müssen wir hin. So, Quest ist abzugeben bei Heilavin Selbeck auf den Ebenen von Onara an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und nicht vergessen in den Kommentaren Link zum Twitch Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao. ARD Text im Auftrag von Funk